So, Freunde, Moin, Jungs, Moin Euer Freizeitsnäcke unterwegs, kann man dir sagen, aber ich war gerade unterwegs, jetzt bin ich nicht mehr, aber ich habe ja gesagt, der Lightning Sticker, das ist ein guter Snack für unterwegs Und ja, deshalb habe ich hier nochmal den einzigen, da kann ich hier schon gucken, machen wir eigentlich hier so einen nächsten Snack und dann muss ich den auch essen, oder? Äh, du kannst auch rein essen, aber, wenn der Teil dahinter, ne? Okay, dann machen wir das. Ja, okay, Spiel, weiter. Also, Pick-Up hier, Schoko und Karam, ich glaube da heißt Karamell, Karam heißt das? Ja, das ist halt so eine andere Sorte und ja, ich mache den hier mal auf, warte Ja, auch an den anderen Händen, seriös Ja, hier mal ein bisschen Oldschool mit Kamera ablegen und so, und ja, so sieht ja aus, der Pick-Up Eigentlich bin ich ein ganz normaler Pick-Up, hier schule ich irgendwie eine Ecke ab Ja, da würde ich was haben, da ist es mal rein Ja, ja Ja, schmeckt eigentlich wie so ein Finger, wie man dann erwartet, bloß halt nochmal mit Karamell hier drin, sieht man dann hier eh eigentlich gar nicht Ja, 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 mit probation auf, ja Ja So, dann bin ich es an, dann war es mit dieser Folge von Kurzgesnackt und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann und ciao.